Wir sind schon bei der Aufgabe Nummer 9 und ich zeige jetzt mal, wie man die ohne GeoGebra löst. Es sind fünf Geraden gegeben, jede auf eine andere Art und nur zwei von diesen fünf sind identisch. Gut, wir haben einmal zwei Punkte gegeben und eine Gerade soll durch diese beiden Punkte gehen. So etwas zeichnet man sich am besten auf. Das heißt, man nimmt einen Platz, skizziert das Ganze, zeichnet den Punkt B und den Punkt Q ein und einmal durch die beiden Punkte eine Gerade. Und jetzt sieht man sofort, die Gerade geht durch den Nullpunkt, das heißt das D ist 0 und das K von dieser Gerade ist 1,5. Das kann man hier sehr gut ablesen, weil sie steigt in zwei Einheiten um drei, also muss sie in einer Einheit um eineinhalb Einheiten steigen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die erste Gerade die Formel Y ist gleich 1,5X plus 0, gut, brauche ich nicht hinschreiben, hat. Das habe ich einmal sofort mit einer ganz schnellen Skizze. Gut, wie geht es weiter? Jetzt haben wir da eine zweite Gerade. Y ist gleich zwei Drittel X plus 2. Da sieht man sofort, die sind nicht identisch, weil zwei Drittel X, da stimmt weder das K noch das D. Gut, damit ist die Nummer 2 abgehakt. Jetzt habe ich Nummer 3. Da ist eine Gerade in Normalvektorform gegeben. Das rechne ich mir zuerst mal aus. Also ich multipliziere mir mal hier die Skalarprodukte aus. Minus 9X plus 6Y ist gleich und wenn ich da ausrechne, minus 36 plus 36 kommt 0 raus. Also kriege ich diese Gleichung. Minus 9X plus 6Y ist gleich 0. Und um die jetzt mit dieser Y ist gleich Form, also mit der Steigungsform vergleichen zu können, muss ich mir da mal das Y ausrechnen. Das geht aber schnell. Ich brauche hier nur die 9X, die sie minus 9X auf die andere Seite bringen. Dann steht hier 6Y ist gleich 9X. Und jetzt brauche ich nicht 6Y, sondern nur Y. Also dividiere ich noch durch 6 und es ergibt sich Y ist gleich 1,5X und ich kann schon aufhören, weil ich habe meine zwei identischen Geraden schon gefunden. Nummer 1 und Nummer 3 sind identisch, weil sie dieselbe Steigung und denselben Schnittpunkt mit der Y-Achse haben. Also hier angreizen und hier angreizen.